Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killer-Line. So, heute will ich mal mit Sadako eine Runde spielen. Hi! Ach, sie rennt weiter. Im Sau. Rennt weiter. Und rennt weiter. Hab dich! Erwischt! Sorry! Halt die Spaghetti! Okay, das war der Falsche. Da ist auch keiner. Ah! Guck mal! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So... Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh, 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 oh. Was ist das? Du hättest die Palette ziehen sollen, Hasen. Was ist das? 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 Das war die Leid. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, also die ist mir jetzt wirklich in die Arme gerannt, ne? Und so ein Vorder, wie soll es anders sein? Kann das nicht ablehnen. Das geht nicht. Ah, guck mal! Ups, schade. Nicht ganz funktioniert, ne? Zuh! 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 Über mir. Rausen. Warte. Haben wir gleich. Das ist das erste Mal. Ist ja schon langweilig. Raus. Geht noch zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals geschafft habe. Sehr schön. Hat er die Luge gekriegt? Das war gar nicht so schlecht. Die eine habe ich schon wieder rausgetunnelt. Das letzte Mal war kein Tunnel. Die stand ja nur da. Und die Wacke heilt. Naja. So. Für mich war es dennoch ein GG wert. Und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und ich freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Bis dahin. Ciao. Ciao.